Hey und willkommen zu einer kleinen Runde Plants vs. Zombies. Heute allerdings mit Zombay. Bewertet den Part und viel Spaß. Als allererstes kaufe ich mir den Pilzgarten, ja. Und den Aquariumgarten, ja. Was ist das? Du brauchst diese Schubkarre, um die Senfpflanze zwischen den Gärten hin und her zu transportieren, okay? Ich hab alles. Wow? Hi, was ist der Baumdünger? Ja, 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 warte. Oh, ja, 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 ja. Hört nicht alles auf einmal aus. Hä? Aha? Was? So viele Tipps gibt es im Spiel. Angeblich sollen eingefordene Zombies langsamer fressen. Also ich kann dazu nur sagen, das ist tatsächlich so. Guter Tipp. Oh man, okay, hier komm ab. Ja? Was? Was war denn da? Ich kann da nicht. Ich kann mich nicht aufhalten. Wird der jetzt riesig? Habe ich es geschafft? Jetzt wachs doch! Hä? Ach, oh gut. Du bist beide. Oh, ich hab... Was? Sag mal, wie viel braucht man denn bitte? Äh, ach, wird immer größer. Aber es ist immer noch kein vollständiger fetter Baum. Och man. Hallo, Dach. Hallo! So, was, was stell ich denn heute ein? Ich bin hier gar nicht up to date. Haha. Nicht? Ne. Die Wintermelone kenn ich nicht. Was ist das? Ja, die Erweiterung. Das ist, ähm... Also ich glaube nicht, dass es stärker ist, sondern dass die einfach nur langsamer werden. Oder warte, ich kann nochmal den Imitator nehmen. Eine Sonnenblume? Für die erste Runde? Ja, komm. Warum nicht? Ach, auf die Plätze fertig und pflanzen. Ja. Jetzt fehlt dir schon Sonnenenergie. Ja. Richtig kacke. Ich kann's einfach nicht. Und... Nein! Wow. Der Imitator bringt dir einfach gar nichts. Doch, doch. Jeden Moment. Guck, guck, guck. Jetzt. Da, siehst du? Ultra gelohnt. Hä? 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 Ah. Ach so. So, merkt euch mal, wie schnell der Willi läuft. So, warte. Da ist er jetzt tot. Jetzt warten wir noch einen ab. Und dann passiert was ganz Tolles. Jetzt kannst du dann... Sonnenblume. Ja. Los, Kartoffelchen, dreh dich. So, und jetzt. Zombie! Verwandel dich! Sie können rennen! Nein! Alter, wie schnell ist der denn? Imitator! Imitator! Was mach ich denn jetzt? Ich weiß gerade... Hallo? Alter, ist das schnell. Okay, ich bin jetzt schon maßlos überfordert. Das wird lustig. Oh Gott, wie schnell. Alter, das ist einfach... Ich komm nicht so oft klar. Willst du unten irgendeine Verteidigung hinbauen oder soll der sich einfach durchfressen? Also doppelt zu schnell ist einfach zu krass. Ich... Ich... Ich komm nicht klar. Warum machst du doch direkt doppelt so schnell? Ja, keine Ahnung. Ich dachte mir, doppelt so schnell ist doch easy bei einem Spiel. Und jetzt passiert hier... Alter, allein wie schnell die Sonne kommt. Oh nein. Das ist überall Sonne, Manu, schnell. Ich... Ich... Äh... Da ein hin... Dann... Hallo! Ich... Äh... Ich... Äh... Was tu ich denn jetzt? Oh, danke. Ich... Ich kann hier nichts. Ja, okay, dann geh durch. Ist okay. Was soll ich denn tun? Ich weiß es nicht. Aber so überfordert war ich noch nie in nem Spiel. Ich kann so viel gleichzeitig tun. Und das ist die erste Runde. Du weißt ja, wie stressig das doch wird. Hier, hier. Oh nein. Eine riesige Welle kommt auf mich zu. Keine perfekte Verteidigung mehr für dich. Nee. Och Mann. Ja, alles klar. Alter. Ja, okay. Das wird die erste Runde sein, in der ich sterbe. Ich weiß gerade gar nicht mehr weiter. Kornerpult ganz unten. Ja. So, und jetzt ein paar Erweiterungen da noch hinstellen. Und hier dann so... Oh Gott! Da kommen noch mehr Zombies. Imitator? Und was imitiert der jetzt? Irgendwas... Ja, den Mais zum Beispiel. Da hast du nicht so lange... Kornerpult, genau. Ja... Aber werde ich die... viel bauen? Eigentlich ja nicht. Ich werde mich... Also ich hab eigentlich vor mich... Warte, wo ist es denn? Äh... Darauf zu konzentrieren. Okay. Ja, probier ich's mal. Das wird lustig. Blumenkopf, stell! Ja, ich... Ich weiß nicht, was ich tun soll. Warte, ich hab ne Idee. Komm, mach mal so. Mach den in der zweiten Reihe zu Eis, den Melonending. Das lautet ja auch an den oberen Zeug, ja. Achso, du hast da den Knoblauch hingeseit. Ja, gut. Ja, ja. Schnell, ich brauch ein bisschen mehr... Oh nein, ich hab da... Nein, was... Was passiert hier? Bleib doch... Bleib doch stehen! Wir machen Stein hin. Ne. Oh oh. Das war ein Fe... Lol, war kein Fehler. Easy. Jetzt bleibt doch... Stehen. Okay, danke. Die da oben meckern. Hier, zack. Vor allem, wenn die da oben was... Lol. Wenn die da oben was essen, dann ist es instant weg. Ich hab doch gar keine Zeit. In der vorletzten Reihe zu Eis, wenn die jetzt alle da langlaufen. Da. Achso, da. Genau. Boah, du bist so weise, ey. Ist das geil, oder? Ja, ich bin gut. Aber ich hab gar nicht so viel Sonne. Ein bisschen doof. Ja, dann upgrade. Bauen wir dann irgendwo irgendwo hin. Ja, mach ich. Nee. Ja, nee. Also, Sonnenteile kann ich jetzt nicht mehr bauen. Hallo, was ist denn los? Hier hast du dir verdient. Das hab ich... Ja, nach der Runde auf jeden Fall. Das ist ja nicht normal. So, dann wollen wir überall einfach die... Genau. Dann dann noch so ein Eisding draus machen. Ach, ehrlich. Ach, achso, okay. Gut, hat sich ja sehr gelohnt. Hier. Kotz mal eben alle im Strahl. Lol, er wurde... Er wurde umgebracht. Ist das geil. Ja. Junge. Ach, und guck dir mal die an, wie traurig die sind. Siehste? Das bringt ja einfach echt viel Zeit, die ganzen Knoblauche überall zu stehen. Ja, genau. Genau. Rasen zeigen. Achso. Da. Guck ihn dir an. Was habt ihr mit mir gemacht? Wie glücklich der Stein ist. Der Stein? Ich mein den Knoblauch. Aber wie glücklich der Stein ist. Du zooms gerade ganz langsam an sein Gesicht ran und es wird immer größer. Oh, wie glücklich der ist. Meinst du jetzt gerade den unteren oder den oberen? Welcher von den beiden guckt glücklicher? Ja, der untere. Der obere. Richtig. Achso, es wird mal Zeit die Maiskanone zu bauen. Fällt mir gerade ein. Warte, Bob. Das wird dir gefallen. Kürbisschild! Ja. Ach. Du hast keine Pflanzen zur Abwehr von Ballonsummis gewählt. Wirklich weitermachen? Achso. Ähm. Stimmt. Oh. Kannst du ja die normale Sonnenblume wegmachen und dafür eine Verteidigung mitnehmen. Das Abwehr kannst du ja lassen. Ja, ja, ja. Und da nehm ich Wind fand ich eigentlich. Oder? Du brauchst halt ne leeren Topf. Ja, ne ich nehm Wind. Los geht's. So, leider. Da bin ich wieder. Da ist er wieder. Euer Mengel. So. Ab zur Maiskanone. Warte, ich platziere die mal da unten hin. Ja. Und. Mehr Sonnenenergie. Ach, guck dir das an, wie gut das funktioniert. Ja. Kanone aktiviert! Hä, ist die groß. Cool, ne? Sieht richtig dumm aus. Oh oh. Ja. Warte, die Knoblauchdinger gingen kaputt nach der Zeit? Ja, Angriff! Wie schnell das geht. Alter. Wie ungewohnt. Du kannst ja sagen, wo die hinschießen soll, oder was? Genau. Ach so, ach. Ach guck mal. Hast du gesehen? Nee. Ich hab grad die Imitator-Dingens überschrieben. Nein, nein, nein. Wow. Ich wollt's gerade verhindern. Puste Blume. Los! Weg mit dir! Dämon! Och, ist das anstrengend. Schnellbau-Type. Schnellbau-Knoblauch. Ja, mach ich, mach ich. Da ist es. Oh Gott, das ist immer ne andere. Nein, das ist verschwunden. Das ist immer ne andere Reihenfolgeart. Oh. Ultraschrecklich. Egal, warum erstmal ganz viele Melonen. Angriff! Umso mehr Meloner Polke du hast, umso geiler wird's. Warte, 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 warte. So, genau. Dann, mehr Melonen. Bietet somebody das mag. Schnell! Hallo! Mais-Ding! Bitte! Oh. Räuch' ich gar nicht. Oh, wohl doch, komm. Tot! Das ist so krank, diese Attacke. Mehr Melonen. Aber ich, ja, ja, ich hab einfach keine Zeit zum Atmen. Ey, das ist doch nicht Erzaufgegessen. Du bist der größte Abfalleimer aller Zeiten. Hallo doch auf! Oh, hab ich aufgegessen? Nein! Ah, da nicht. Ja, da natürlich nicht. War doch klar. Eine riesige Welle kommt. Warum große Steine hin? Schnell. Ja, gute Idee. Da oben. Da oben ist rein. Oh, okay. Das ist eh schon abgefallen. Und... Oh, nein! Nein, was passiert hier? Los! Ich kann nicht mal die ganze Sonne aufheben. Das ist... Meine... Meine Hand tut weh. Oh, geschafft. Aber ich... Ich werd einfach... Ich werd's schaffen, ne? Vielleicht? Und go. Da werd ich jetzt auf jeden Fall wieder was platzieren. Dann... Nein, 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 nein! Warte, warte! Oh Gott! Das ist doch egal. Und kurz da hinballern. Das ist alles. Ja, ja. Ich schaff das. Und weil ich so viel Geld habe, noch eine Maiskanone. Ganz da vorne. Sie ist Reidy! Bring! Angriff! Guck dir das an. Was wollen die denn machen? Die haben absolut gar keine Chance mehr. Oh, oh. Weg! Weg! Die großen Steine wirken besser als der Kno, glaube ich. Muss ich sagen. Ja, ein bisschen. Puste! Puste! Wind! Äh... Hier! Oh Gott! Luft! Ich, 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 ich! Absteh'n das Geld! Oh. Ich hab's geschafft. Ich, 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 ich. Hab's geschafft. Ja! Ey, das mach ich nie mehr. Also zweifach... Einmal upgraden. War... Schrecklich. Überleben. Tag. Schwer. Oh, lol. Und jetzt in dreifacher Geschwindigkeit. Ja. Okay! Dann bewertet den Part. Schaut in die Videobeschreibung. Da sind noch ein paar tolle Links. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Bis dann!